Hallo bei Videoaktiv. Ich bin heute in München bei Magic Multimedia und hier habe ich Michael Lehmann-Horn. Und wir stellen heute nicht Profi-Software vor, wie wir es hier haben, sondern... Eine Software eigentlich für jedermann, nämlich wo es darum geht, Bilder und Videoaufnahmen und auch Audio-Material zu organisieren. Gut, und das zeigen wir euch einfach jetzt. Münch ist eine Software, die gar nicht so teuer ist. Sie wird in etwa was kosten? Sie wird sogar kostenlos sein, ganz am Anfang, nämlich als Münch Basic-Version. Das ist also die Version, die die rudimentären Funktionen hat, aber eben auch schon sehr gute Organisationsmöglichkeiten mitbringt. Aber zum Beispiel einen eingeschränkten Export. Und dann gibt es eine kostenpflichtige Version, die wird am Anfang 49 Dollar kosten. Und wenn das Einführungsangebot vorbei ist, dann 99 Dollar. Da gibt es aber bestimmt dann auch Euro-Preise, ne? Die Euro-Preise, die bewegen sich dann irgendwie plus Mehrwertsteuer, also ich sage mal vielleicht bei 119 Euro, dann inklusive Mehrwertsteuer. Gut, jetzt ist es eine Software, die ist für Einsteiger gedacht, aber es gibt sie auch im Paket mit EDIUS. Und genau genommen ist es eigentlich ein überarbeiteter Grass Valley Browser, ist das richtig? Genau, also der GV Browser war im Lieferumfang seit EDIUS 8 und dieses Tool hat Grass Valley jetzt auch als einzelne Software rausgebracht und bietet sie sozusagen jetzt eben auch nicht EDIUS Anwendern an, um Material organisieren zu können, verwalten zu können. Und die EDIUS 8 Anwender, die jetzt bisher den GV Browser haben, bekommen dann jetzt ab 1. März die Software Mink, was eine Überarbeitung darstellt mit ein paar mehr Funktionen. Okay, ein paar mehr Funktionen bedeutet in dem Fall, dass ich meine ganzen Medien angucken kann, aber ich kann auch ein bisschen vorschneiden. Das bedeutet also, ich kann Szenen kürzen, ich kann Szenen sortieren und dann anschließend an EDIUS übergeben, korrekt? Genau so ist es. Also man hat wirklich eine neue Storyboard-Funktion, wo ich einfach In-Out setzen kann und dann mehrere Clips hintereinander antwortene. Und die kann ich anschließend in EDIUS übernehmen oder für die Nicht-EDIUS Anwender habe ich die Möglichkeit, diese zu exportieren oder eben auch direkt beispielsweise über den HDMI-Ausgang von meinem Computer auf einem Monitor dann als Film zu betrachten. Oder aber man kann es auch direkt in die Cloud laden bzw. auf Social Media laden. Also das heißt, es wird auch eine Exportfunktion geben auf YouTube, aber das geht nur von einzelnen Clips, wenn ich es richtig verstanden habe. Genau, also alles, was man an Material hat, kann man durch diese Upload-Funktion hochladen zu Facebook und zu YouTube, aber auch zum Beispiel auf einen eigenen FTP-Server, wenn man den nutzen möchte, um sein Material eben in der Cloud zu sichern. Wenn man die größere Version hat, also die Mink-Standard-Version, dann besteht auch die Möglichkeit, eben komplette Schnitte entsprechend hochzuladen. Also wir halten fest, es ist am Ende dann doch ein Schnittprogramm, allerdings fehlen alle Effekte. Okay, naja, kann man so nicht sagen. Ich denke, es ist ein Programm, was vor allem für die Organisation von Clips verantwortlich ist und da geht es natürlich oft darum, dass ich Aufnahmen habe, wo es am Anfang wackelt und am Ende wackelt oder am Ende noch irgendwas, ein halber Satz drin ist, den ich da eigentlich nicht mehr haben möchte, den schneide ich raus. Und das sind eigentlich Funktionen, die jeder braucht, der im Laufe seines Lebens relativ viele Mediadateien ansammelt und häufig dann auf unterschiedlichsten Speichermedien, Festplatten, NAS, SD-Karten, USB-Sticks oder eben auf der Festplatte von seinem Rechner oder in seinem iPhone hat. Und all die trage ich zusammen und kann sie eben zentral verwalten, verschlagworten und auch wiederfinden. Das ist eigentlich das Tolle. Das heißt auch, es gibt eine Art automatischen Import. Wenn ich also jetzt auf einen großen Storage gehe, wo ich, sage ich mal, schon ein paar tausend Medien liegen habe, dann wird was erkannt? Ja, es werden Audiodateien erkannt, es werden Bilder, Fotos, Grafiken erkannt und natürlich eben die Videoformate inklusive der Metadaten. Denn in den Videofilmen, die ich selber erstelle und auch in den Fotos sind ja immer einige Informationen enthalten. Das ist neben Datum, Uhrzeit oft auch der Kameratyp und mit welcher Blende ich fotografiert oder gefilmt habe und solche Informationen. Gehen dann auch die Informationen, also Kameratyp ist klar, aber GPS-Informationen? Ja, GPS-Informationen werden auch mit übertragen und liegen dann in dem Programm vor. Wunderbar und damit haben wir quasi eine Sortierung nach Aufnahmemedium bzw. Kamera. Wir haben eine Sortierung nach dem Ort, wo ich war, eventuell, wenn ich GPS-Daten habe. Ich habe eine Sortierung nach Datum. Es gibt auch so eine Art Kalenderansicht. Genau, es gibt eine Kalenderansicht, wo ich einfach sehe, an welchem Tag habe ich denn überhaupt Medien eingespielt. Und das ist natürlich eine sehr hilfreiche Geschichte, gerade wenn ich jetzt ein größeres Archiv aufarbeite, dass ich einfach mal schaue, von wann sind denn die Dateien, dass ich mir leicht tue, bestimmte Ereignisse eben über einen Zeitstempel wiederzufinden. Wunderbar. Ich glaube, es ist ein ganz spannendes Produkt. Wir werden natürlich den Test haben in der nächsten Video aktiv. Und der Kollege hier hat schon gespottet. Man darf klicken unten auf YouTube auf ein Like für dieses Video. Du darfst es auch noch mal sagen. Ja, ich würde auf jeden Fall auch den Kanal abonnieren. Ich habe ihn abonniert. Also am Ende im Abspann gibt es die Möglichkeit, auf einen Button zu klicken und dann abonniert man den Kanal von Videoaktiv. Er hat auch brav reagiert in diesem Sinn. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.